Die hat mich in die Lava geschossen. Tobi, warum hast du mir nicht erlaubt, den Bogen zu benutzen? Ja, jetzt sind die scheiß Sachen weg. Egal, das waren eh nicht mehr viele. Okay, ich hab mich mal zu dir teleportiert, weil ich ja wieder im Wasser gespawnt bin. So, das war suboptimal. Die Träne liegt... Gehst du, dann gibts schnell nach Hause und... Ja, wo bist du? Ach, da, okay. Ja, warum hast du nicht die Träne gesucht, die da unten lag irgendwo? Oder hast du die schon? Nee, hab ich noch nicht. Alter, was... Weil ich erst nochmal den anderen Garst töte. Wie scheiße die sind, ey, das kannst du doch keinem erzählen. Ja, hier ist noch einer. Ja, da sind richtig viele und der eine hat mich in die Lava geschossen. Der Typ regt mich so auf, kill den mit dem Schwert, ey. So, ich hab ne Gastrainer. Wir müssen den demütigen, ey. Ja, ich hab ne Gastrainer. Los, jetzt ist ein Pigsambie aggressiv, schnell weg hier. Weißt du, was wir machen sollten? Wir sollten so ein Vordersportal, so ein Graben mit Zicky Pizzins machen. Weil die Pigsambies können ja durchs Portal wandern und dann mal eben in die Welt. Warum? Ist egal. Ja, wenn die dann aggro sind. Ich hab ja nichts gegen die in der normalen Welt, aber... Aber hier ist noch irgendwo so ein kleines Pizding. Ja, das ist suboptimal natürlich. Schon das zweite Mal, dass einer in der Season hier in die Lava fällt. Ne. Ist das das zweite? Ne, das erste. Ne, du bist ja hier von der Lohe erschossen worden. Und ich einmal vom Pigsambie. Aber schon das dritte Mal, dass einer in der Season stirbt. Na ja, und äh... Ich würd mal sagen, es ist Zeit für ne neue Eisenrüstung. Das wär sowieso bald der Fall gewesen. Lol, ich hör dein... Achso, das ist dein Ton, okay. Ich wollt schon sagen... Gas ist durchs Portal! Nein, das funktioniert ja nicht. So, immer her, Gast. Ja, damit... Nee, ich entwischen, komm mal, ja. Ein, zwei. Ein, zwei. Gut, hier ist nur einer. Was bräuchten sonst noch? Oh, nee, jetzt hängt da wieder ein Alarver, ey. Da kann ich den natürlich nicht kriegen. Ne, nur so. Okay, dann craften wir uns hier nochmal eben so ein bisschen Sachen. Ne, der kommt noch nicht. Ach ja, ich wollt mir ja die eine Gastrainer das nennen, die der eine von dir fallen lassen hat. Wie viele Pfeiler hattest du dabei? Sieben. Also. Aber ich hatte... Jetzt hab ich keinen Bogen mehr, das ist mir jetzt scheißegal, dann geh ich jetzt ohne Bogen in den Nähter. Ich hab einen dabei. Nein, ich mein, ich hab keine Pfeile mehr. Nur ich hatte... Ne, ich hab auch nur noch weniger. Ich hatte, ich meine nur, ich hatte volle Eisen... Volle Eisen-Montur hier. Mit, ähm... Schaufel, Schwert und, äh, Axt und alles. Und natürlich Rüstung. Aber die Rüstung war, die war fast kaputt. Jetzt bin ich geil eingekleidet. Oh, lol. Leuchert schon wieder diese Scheißviecher. Wie viele Pix-Sombies da gespawnt? Ja, auch nur Gastrainer. Wie viele Pix-Sombies da gespawnt? Ne, der... Kannst keinem erzählen. Okay, es liegt doch nicht, ich dachte jetzt. Äh, erstmal müssen wir hier über das Feuer ausklatschen, das ist ein bisschen gefährlich. Okay, ich geh dann jetzt mal hier... Hilfe! 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 Robi, da bist du... Äh, nein! Stell dich nicht... Wo ist der? Der soll über Festland. Ja, dafür bin ich... Deswegen bin ich einmal gestorben. Ja, und? Ich werde... Hier, komm mal hier nach oben. Nein! Oder du kannst ins Schloss gehen, ich töte die Gaste. Leute, da ist noch einer, pass auf! Ja, diesmal kann mich keiner aufhalten, denn jetzt bin ich hier... Grund und Boden... Scheiße, ich hab kein Essen dabei. Das ist suboptimal, aber... Nein! Oh, Kacke! Brenner! Offensichtlich sind... Ach, Alter, fick dich! Au! Na, okay. Ich leg mich nicht mit dem Vier an. Mit welchem? Ja, mit dem Gast! Mit welchem? Ja, hier ist noch so einer. Okay, der kommt... Nein, der kommt nicht. Ja, aber schimpft ihr die nur über dem Fessland? Nein, Mann! Ich hab keinen Bogen dabei, das ist mir gerade ein bisschen gefährlicher zu warten, bis das über dem Fessland ist und ich das dann mit dem Schwert schlage. Ich hab versucht, die Bälle abzulehren. Wieso kannst du auch die Dinger zurückschlagen? Ja, ja, hab ich ja gemacht, aber... Ähm... Äh, die haben nicht getroffen, jetzt bin ich einfach weitergegangen. Das Vieh schwebt irgendwo in Lava. Äh, ja, da hinten sehe ich, glaube ich, schon die Umrüstung. Ne, doch nicht. Ich bin gerade an der Steinbrücke, die wir gebraucht haben. Das ist ziemlich weit entfernt. Oh, hier darf mich auch kein Gas erwischen. Okay, jetzt bin ich über... Such hier auch mal ein bisschen. Ah, Mann, ich wollte noch den Glowstone mitnehmen, verdammt, aber da ist ja noch mehr. Und da ist schon ein Etaschloss. Magma-Slime! Ja, dann kill den, Mann! Ja, hier ist aber irgendwo ein Gas. Ja, jetzt kill einfach den Magma-Slime, mal. Mhm. Wenn jetzt solche Lohnviecher kommen, dann bin ich ja richtig gearscht. Warum? Ja, ich geh gar nicht in die Nähe von denen. Ja, weil ich kein Bogen, da war ja gar nichts. Okay, jetzt muss ich hier vorsichtig den Glowstone farmen. Nee, das funktioniert nicht. Mach gut. Nee, das funktioniert nicht, jetzt sicher. Ich fahre ein bisschen Neterack. Und danach auch... Ich hoffe, dass die Items nicht im Feuer verbrennen. Mhm. Sorry, meine Rüstung und Co. Guck mal hier, ihr Kleinen. Nee, Tarak. Oh, nee, ich hab gar nichts bekommen. Ja, ist ja auch scheißegal. Wofür braucht man eigentlich hier dieses Schleim? Magma-Schleim? Äh, damit kann man auch irgendetwas tragen. Ja, aber welchen meine ich, ja. Und diese... Und diese Feuerbälle kann man daraus auch machen. Oh, gut, äh, ich mein... Die braucht man nicht. Die sind aber ganz lustig für das Finale. Wenn du damit alles so imbran... Jetzt muss ich aufpassen. Wenn der jetzt aggro ist, ne, dann wäre das asozial. Nein, das ist ja nicht. Wer, du schubst mich hier runter. Wenn, dann schubst ich dich hier runter. Und tschüss. Haha, Nubi. Der ist in Lava versunken. Aber der über den Pferd. Ja, der Pixhom, ich hab mir von der Brücke geschubst. Geschubst oder geschlagen? Geschubst, nicht geschlagen. Seht ihr, der mich ja auch noch runterschlagen? Nee, das hätten wir... Hätte nicht geschlagen. So, dann mach ich mich jetzt mal an diese Neta-Brix-Farm. Ah, fuck, Gas. Boah, der hätte mich beinahe hier runtergeschubst, ey. Tobi, ähm, farmst du auch ein bisschen Neta-Brix? Woll. Wenn du so weit bist damit dem Gas, farmst du dann auch ein bisschen Neta-Rack? Ich kümmere mich um die Bricks. Na, ich probier's. Alter, die regen so auf. Die regen so auf. Ja gut, aber die muss man schon aufpassen. Wenn du immer so ein Geräusch hörst, dann beweg dich so schnell, du kannst von dem Abgrund weg. Hm, ähm, weißt du, äh, die sind, diese, diese Gastränen, die machen ja Trank der Regeneration, ne? Hm. Hm. Ah, ja, ich freu mich schon aufs Tränkebraun hier, dann gehen wir nochmal Lohn-Farm und so. Hätten wir eigentlich jetzt auch mal machen. Lohn, scheiße! Wo? Wo? Von wo? Ja, ich, ein Gas hat auf mich geschossen, aber ich weiß nicht, woher. Ach, da, okay. Warte, ich komme. Äh, ich bin am Neterschloss, Tobi. Ja, da bin ich auf dem Weg. Okay. Ja, komm, schieß nochmal. Ich kann ja alles abwehren. Lass den einfach am Leben, weicht ihm so lange aus. Weißt du, was geil ist? Der Kies schwebt hier ja in der Luft. Und das sieht hier gerade eine geile Form. Ja, wenn du da aber einen Blocker nur abschließt, dann... Dann fällt ein Picks um ihn in den Abgrund. Loh, wo ist er denn jetzt? Scheiße! Ich seh grad gar nichts mehr. Äh, wo ist er? Ich hab verfliegenpilze mitgenommen. Wo ist er? Ach, da, da, okay. Wehe, du schießt mich hier auch nur einmal ab, ne? Junge, dann bist du tot. Ah, da ist ein Gas. Okay, den muss ich jetzt kennen, der ist über ein Festland. Okay, ich fahre woanders weiter. Ne, mal her mit den Meter Zäunen. Ne, das ist doch nicht. Morgen. Dann fahre ich eben so lange auf Fliegenpilze während einem wilder Gas auf mich schießt und hier alles um mich rum kaputt haut. Immer Shift gedrückt halten? Oh, ne, komm, was, was, dieser Gas riecht mich jetzt so auf den Twitch jetzt auf. Hä, was war das denn jetzt? Ach, hier. Was ist der denn? So ein Zauni. Leute, da hinten sind Lohn. Okay. Mit denen lege ich mich nicht an. Scheißviecher. Mistviecher. Da ist der Gas. Okay. Ja, ich komme. Jetzt bin ich wirklich auf dem Weg. Oh, ne, nicht schon wieder so ein fucking... VDF. Alter. Der hat in den Gang geschossen, ne? Und ich hab den Schuss noch abgewettet, war so Hammer. Ihr kommt, schupppuppi, komm, komm, komm. Ups. Loll, ich hab mich bei der Eisgalt die Fackel weggebummt. Lol. Rüstert, Loll, ich hab mich echt verjührt. Tja, ne, hier ging es runter. So, okay, dann kann ich jetzt mal. Ah, man, jetzt brenne ich wieder. Eben schnell den Helm ausziehen, weil der eh nur noch wenig lebe. Der Helm. Ja. Der Helm. Meine Rüstung hat noch keine Lebensvolle, also so gut wie keine Lebensvolle. Hahaha, bist du lustig. Nein, ich mein, die hat noch so gut wie keine Lebensvolle. Keine Leben verloren jetzt. Ja, ich wurde auch schon... Das ist ja auch logisch, ne? Ja, ne, aber ich wurde auch schon wieder vom Gast getroffen und so. Loll, man hat... Ich muss jetzt damit sagen, du bist Superman. Alter. In meiner Eisenspitze habe ich gerade erst gebaut. Nachdem ich gestorben bin und die ist schon wieder fast kaputt durch diese scheißen Netherbricks. Ja, ich komme. Die verbrauchen so viel von der Netherbricks. Das gibt's gar nicht. Gast. Bist du jetzt schon am Schloss oder was? Loll, da ist ein Vita-Skeletto. Da ist eine Vita-Skeletto. Gast, lass mich jetzt mal in Ruhe, bitte. Komm zu Papi. Komm hier hinten hin. Hier sind wir sicher vor dem Gast. Du und ich. Ganz allein. Wehe, du schlägst mich nur einmal. Alter, sind die Fieste. Groß, ey. Die sind ja anderthalb Blöcke groß. Mann, warum droppt denn das immer nur scheiß Kohle? Eine Kohle, ey. Das hat mich zwar nicht getroffen, aber nur eine Kohle. Das ist echt ein bisschen mager, ne? Eine. Lord, da darf ich nicht runterfallen. Das mache ich am besten. Ich habe keine Pfeile mehr. Fuck. Eine Kohle, ey. Warum droppen das denn keine Vita-Köpfe? Muss man die irgendwie besonders damit killen? Das ist ich doch nicht. Okay, so wie dieser Gast. Ich habe Angst vor dem Gast, wenn ich jetzt über die Brücke gehe. Weißt du? Und ich habe keine Spitzhakammer. Oh, Mann. Ich kriege den nicht mehr zurückgeschlagen, die Kugel. Oh, Gott. Oh, Gott. Das ist hardcore. Okay, entweder ich rendere jetzt Eisbär. Ja, ich habe ihn getroffen mit seiner eigenen Waffe. Ja, ich doch auch schon. Scheiße, Tobi. Das wird jetzt heftig. Alter. Ich habe es geschafft. Ich bin über die Brücke. Alter, ist das viel heftig, ey. Oh, Leute, verliebt. Ach, ich habe Hunger. Da ist ein Fast. Und er schwebt direkt über den Boden. Oh, nicht mehr. Boah, Junge, das ist so heftig. Nee, ich verliere hier Hunger. Dadurch Herzen. Dann hinter mir dieser Gas, den ich jetzt endlich losgeworden bin. Vor mir sind so Pixeln, bis wovon ich keine Ahnung habe, ob die Agro sind oder nicht. Nein, sind sie nicht. Ah, ich komme zurück, Alter. Noch so eine Scheißsteinbrücke. Und weh. Okay. Ich habe alle bis auf die Hälfte der Leben verloren, halt. So, und jetzt. Jetzt muss ich aufpassen. Ach, komm, nehmen wir noch ein bisschen Soul Sand mit. Soul Sand kann man nie genug haben. Mit der Eisenschaufel geht sowas sehr schnell. Boah, wann kommt endlich die neue Version raus mit dem Quads und so, ey. Bei euch, wenn die Folge hochgeladen wird, wird die wahrscheinlich schon lange draußen sein. Aber bei uns ist sie jetzt noch nicht draußen und das ist schade. Alter. Ich kriege den Gas einfach nicht. Oh, Mann. Oh, komm, jetzt ist du mir aufgenommen. Farben wir ein bisschen Piggis? Nein. Ich habe nur noch die Hälfte der Leben. Ich muss mir erst mal was zu Footland holen. Ja, hier, ich habe. Ja, ich bin am Neterschloss noch in der Nähe. Wenn du da hinkommst, dann findest du mich. Ich bin auf dem Weg. Ja, wenn du da hinkommst, dann sehe ich dich. Ja, komm mal. Ja, ich baue gerade Soul Sand ab, ey. So richtig viel, ey. In so großem Stil. Ja, keine Ahnung. Weil du weißt, was man damit alles noch machen kann. Ah, ich schreibe dein Essen. Ich schreibe dein Essen. Da bist du ja. Weil ich doch die Gantt oder, ne, Quatschens kann. Ach so, und jetzt kommen mal. Ich bin Vegetarier. Ha? Ich bin Vegetarier, ey. Ja, komm hoch. Äh. Sag mal, wenn die Leben voll aufgeladen sind, dann haben wir die Piggis. Ähm, ja, sag ich dir Bescheid. Go, fuck. Boah, Mann. Ich kriege das in zwei. Hey. Tobi, jetzt schießt sie ab. Ach, du hast keine mehr. Ich hab keine Pfeile. Ach so, ja, okay, dann helf ich dir mal. Ja, die ging daneben in die Kugel. Ja, die hab ich auch abgewertet. Also, sie hab ich abgewertet, aber die ging nicht. Oh, ich hab auch. Mein Gott, ey, komm, schieß. Mach einen gezielten Ball, ja. Alter, ich will. Warum? Wieso kann der scheiß... Lol, du brennst, ne? Lol, ich stand in Flammen. Äh, ich stehe in Flammen. Okay, das ist der, die, das, Gas, wie auch immer es heißt. Ich hab volle Leben. Das war meiner. Ich jetzt aber nicht. Bam, da oben an die Decke. Okay, hier unten, komm. Äh, ja, das sind ganz schön viele. Ist doch scheißegal. Okay, wir machen den ersten. Lol, wo ist der? Da. Lol. Nicht erst. Warte, TP. Das ist... Lord, der ist direkt über mir, Tobi. Beeil dich mit dem TP. Cool, Bu. Komm, schnell, deine Sachen liegen ja hier. Äh. Ja, hier unten. Ja. Ich hab nicht aufgepasst. Tobi, die liegen da, ich seh die doch. Hä? Da unten. Ja. Ja. Hier unten. Ja, dann musst du da hin. Ich mach das jetzt hier mit dem scheiß Gast. Geh du nur nach da unten. Alter, hier sind richtig viele Gast. Lol, wie viele? Ich hör so viele Schüsse. Ja, weil die hier unten alle sind. Ja, snack dir einfach deine Sachen, Mann. Hab ich...